Am Ende der Zeit, am Ende der Illusion, auf in die Wirklichkeit, der biologische Aufstieg. Aloha meine Lieben und seid wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Mein Name ist Ivi Kappler und ich freue mich, dass du hier bist und meiner Stimme lauschst. Ja, heute behandeln wir ein Thema, das ich in vielen meiner Videos schon angesprochen habe, der Aufstieg. Und zwar der körperliche, physische, biologische Aufstieg, der jetzt am Ende der Illusion stattfindet und sich seinem Prozess ja schon lange gebahnt hat. Ja, vielen Dank ihr Lieben an der Stelle auch über die vielen Likes, Kommentare, Botschaften, E-Mails, die mich erreichen. Ihr seid so großartig und das Interesse ist so groß und ja, das freut mich sehr. Ja, kommentiert auch hier gerne unter dieses Video, wie ihr das wahrnehmt, was es auch für euch bedeutet und ein ganz, ganz großes Dankeschön für jeglichen Support, den ihr mir zukommen lasst. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich großartig. Ja, wir wissen inzwischen, dass ja alles genau so passiert und dass wir uns schon im großen Finale befinden und dass wir übergeordnet auch gewonnen haben. Und das bitte ich immer im Kopf zu behalten, denn das, was sich uns hier auf der Weltenbühne noch zeigt, ist natürlich, ja, das große, das große Sterben, das Fallen der Masken und das Einstürzen der Konstrukte. Und ja, übergeordnet ist es so, dass sich das System selbst opfert. Und wir dürfen hier auch entscheiden, weil wir ja innerhalb der Dualität immer noch von Gut und Böse sprechen und natürlich gibt es auf dieser Welt Menschen, die sehr, sehr böse Taten vollbracht haben und dann wiederum gibt es die, die dies aufdecken und die für die Bloßstellung sorgen. Und gerade findet auch eine große Aufdeckung und das Sichtbarwerden in den Mainstream-Media statt. Und deswegen sage ich ganz klar, das System opfert sich als solches. Ja, in meinen Videos nutze ich ja auch immer Begrifflichkeiten oder Definitionen wie Aufstieg, Dimensionen, Zeitlinien, Seele, alles, was so dazu gehört, um es einfach näher zu beschreiben, damit unser Verstand dieses ganze Ausmaß dessen verstehen kann, was hier passiert. Doch letztlich sind das alles Begrifflichkeiten, die es uns erleichtern. Und ich habe einen Text gefunden, einen ganz aktuellen vom 9. Januar von Terry Waite und den lese ich euch gerne vor und gebe hierzu auch immer wieder nochmal, ja, meine Meinung mit rein. Ja, biologischer Aufstieg nennt sich das Ganze. Viele Menschen versuchen den Aufstieg wie im Maya-Kalender der Zeitlinie 2012, einem Quantensprung und so weiter zu beschreiben. Was Aufstieg bedeutet, ist, dass es eine Mechanik hinter der Schöpfung gibt, durch die sich das Bewusstsein durch den dimensionalen Raum bewegt und entwickelt. Das heißt, die Evolution schreitet durch die Erhöhung der Frequenz voran, die eine höhere Realität hervorbringt, die aus höherem Bewusstsein, Wissen, Weisheit, Einsicht und so weiter besteht. Wir gehen in ein breites Spektrum der Realität über, das durch Erfahrung hervorgebracht wird. Wir entwickeln uns durch Erfahrung. Wir springen durch die Zeit, was eine Veränderung im Fokus unseres Bewusstseins ist. Eine Anhebung unseres Bewusstseins. Das ist der Grund, warum viele von euch derzeit diesen Aufstiegsprozess erleben. Es ist kein Zufall, dass dies so vielen Menschen widerfährt. Wir erleben einen Zeitlinien-Splitt. Diejenigen, die die Aufstiegslinie gewählt haben, sind noch in der Minderheit. Aber wir werden jeden Tag mehr und mehr. Jeder von uns erlebt und macht diesen Prozess in seinem eigenen Tempo, der von dieser Inkarnation geplant wurde. Für diejenigen unter euch, die jetzt aufwachen, ist der Aufstiegsprozess aufgrund der DNA-Aktivierung ein Übergang. Ihr habt nichtmenschliche Erinnerungen, die in eure menschliche Erfahrung gebracht werden. Wir sind hier, um den Grundstein für diese neue Realität zu legen. Ihr müsst euch fragen, warum ihr mit diesem speziellen Material in Resonanz geht. Und so viele um euch herum kein Interesse haben. Ja, an dieser Stelle ein Einwurf von mir. Wir sind absolut nicht in der Minderheit. Es wird sehr oft gesagt, dass wir noch nicht so viele sind. Und ich habe auch erwähnt, dass die Anzahl der Menschen auf dem Planeten nicht der Realität entspricht, das, was uns hier gezeigt wird. Also es sind wesentlich weniger Menschen auf dem Planeten und wir sind schon mehr als 50 Prozent. Und das muss auch so sein, sonst hätten wir es gar nicht geschafft, hier diese Wände anzukurbeln. Denn wenn wir immer noch weniger wären als 50 Prozent, dann wären wir immer noch nicht so weit, wie wir aktuell sind. Und dann hätten wir auf übergeordneter Ebene auch noch nicht gewonnen. Das heißt, es würde hier noch viel mehr Schatten als Licht geben. Und dies ist nicht der Fall. Also das als kurzer Einwurf. Es mag subjektiv für viele so, ja, so herüberkommen, dass einfach noch nicht so viele Menschen erwacht sind. Und auch das Wort Erwachen ist, ja, ist meines Erachtens nicht das richtige Wort. Denn wir Menschen unterliegen ja einfach vielen Programmen, Konditionierungen, Glaubenssätzen, Glaubensmustern und so weiter. Das wurde uns ja alles schon mitgegeben, mit in die Wiege gelegt. Und das System hat dafür gesorgt, dass wir auch einfach nicht zu unserem So-Sein kommen konnten. Weil dann kam der Kindergarten, dann kam die Schule, dann kamen diese ganzen gesellschaftlichen Themen im Außen. Und so wird natürlich der Mensch auf der einen Ebene unterdrückt, weil er ja nicht sein So-Sein leben kann. Und hier haben sich ja viele schon herausgewickelt. Also dieses Wort Entwicklung ist ja letztlich genau das. Wir wurden eingewickelt und jetzt entwickeln wir uns. All diese Schleier, diese Fehlinformationen, denen entledigen wir uns. Und so dürfen wir es auch sehen. Die DNA-Aktivierung, die findet ja nach wie vor statt. Aber es ist nicht nur dieser körperliche Prozess. Es sind sehr, sehr viele Schritte notwendig, um, ich sage jetzt mal, der kosmische, der galaktische Mensch zu werden. Und auf diesem Weg sind wir schon. Und nachdem wir ja unseren physischen Körper mitnehmen und das ein einmaliges Erlebnis ist, ist es auch gerade sehr, sehr wichtig, unseren Körper reinzuhalten. Und hier empfehle ich wirklich, sich möglichst pflanzlich zu ernähren und möglichst gutes Wasser zu trinken, Quellwasser, schadstofffreies Wasser, weil es uns in diesem Prozess dient. Und wir dann einfach weniger von diesen Symptomen im Außen mitbekommen. Ja, weiter im Text. Ihr habt nicht menschliche Erinnerungen, die in eure menschliche Erfahrung gebracht werden. Wir sind hier, um den Grundstein für diese neue Realität zu legen. Ihr müsst euch fragen, warum ihr mit diesem speziellen Material in Resonanz geht. Und so viele um euch herum kein Interesse haben. Nun, es ist ganz einfach. Es geht darum, wo ihr euch in eurer Frequenz befindet. Ihr seid ein energetischer Führer in diesem besonderen Prozess. Der Aufstieg in die spirituelle Wissenschaft hinter dem Bewusstsein. Auch hier gibt es eine Mechanik hinter der Schöpfung. Wir werden uns immer mehr darüber bewusst, wie dieses Gerüst funktioniert. Zu Beginn dieses Aufstiegsprozesses gehen viele Menschen durch das, was sie die dunkle Nacht der Seele nennen. Was der Abbau ihrer 3D-Identität ist. Es kann für viele hart sein, einige werden zerbrechen und einige laufen direkt hindurch. Wenn ihr erkennt, dass es einen Grund dafür gibt, dass dies mit euch geschieht, wird es viel einfacher, um die Punkte beginnen, sich zu verbinden. An der Stelle noch der Hinweis von mir. Nicht jeder Mensch geht durch die dunkle Nacht der Seele. Da ja auch in den vergangenen Jahrzehnten Menschen auf die Erde gekommen sind, also inkarniert sind, die schon relativ, ich sage jetzt mal, karmafrei, karma-das, also diese Programmierung, die uns auch impliziert wurde. Hier gibt es viele, die sich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen müssen. Und ab 2008 sind sehr, sehr viele Kinder schon hier, die überhaupt kein Karma mehr besitzen. Also das als Info an der Stelle. Und die dunkle Nacht der Seele erlebt nicht jeder. Wenn du dich schon in einem Aufwachprozess befindest, sehr, sehr lange, dann ist es natürlich immer wieder so, dass wir ins Hadern kommen, dass wir uns mit dem, was sich außen und innen zeigt, uns auseinandersetzen. Doch dieser Einbruch mit der dunklen Nacht der Seele, den erlebt nicht jeder und den erlebt auch nicht jeder gleich. Ja, was geschieht, ist, dass ihr mit enormen Daten und Informationsmengen heruntergeladen werdet und es wird Zeit brauchen, bis unser menschlicher Verstand das alles begreift. Hier unten in diesen niedrigen, dichteren Bereichen erleben wir eine Verzögerung und das macht es schwierig. Wir gehen durch eine Bewusstseinsrevolution. Wir erreichen Ebenen der Bewusstseinsintegration, die sich diese menschliche Form derzeit nicht einmal vorstellen, geschweige denn, begreifen kann. Wir befinden uns in einer Learn-as-you-go-Phase. So wie ich es sehe, gibt es sozusagen zwei Ebenen des Erwachens, die im Gange sind. Es gibt diejenigen, die zu den Schrecken auf dem Planeten erwachen, das heißt die elitäre, pädophile Netzwerke, der satanistisch-rituelle Missbrauch, der mit Kindern vor sich geht, das Negative außerhalb der Welt, eine Anti-Lebenspräsenz, die unsere Existenz seit tausenden von Jahren beherrscht und so weiter. Dann gibt es diejenigen, die wach sind und darüber hinaus sehen, wie die Ebenen der dimensionalen Frequenz, die Ebenen des Bewusstseins, die diese höhere Realität der Einsicht, des Wissens und der Weisheit einbringen und so weiter. Dieses höhere Wissen ist in jedem von uns. Wir müssen nur die mentalen Begrenzungen und Programmierungen überwinden, die uns unterdrückt haben. Wir gehen durch den Prozess der Entschichtung oder auch Entwicklung, würde ich es jetzt nennen. Wir bereiten uns darauf vor, diese höheren Frequenzen zu verkörpern, was so ist, als würden wir an eine Spannung angeschlossen, die unser Verstand nicht einmal begreifen kann. Wir müssen verstehen, dass sich unsere Körper von einer kohlenstoffbasierten zu einer kristallinen Verkörperung wandeln. Ja, also das ist richtig benannt. Dieses Kristalline geschieht ja durch die vielen Lichtcodes, durch die vielen Aktivierungen, auch innerhalb der DNA. Und so werden wir in unserem Lichtkörperprozess vorangetrieben. Und das passiert kontinuierlich schon seit sehr vielen Jahren. Und in den letzten, ich sage jetzt mal, drei Jahren ist es physisch sehr spürbar, also für viele. Und aus diesem Grund haben wir auch sehr viele Symptomatiken, die uns immer wieder auch zu Aus- und Ruhezeiten zwingen. Ja, hier wird von zwei Erwachensprozessen geschrieben. Also Terry Waite sagt, das eine durch das Negative, was auf dieser Erde passiert, und das andere ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich kann das unterstreichen, also es gibt noch viele andere Wege des Erwachens. Es gibt viele Phasen, die uns in ein Nachdenken bringen. Also gerade dann, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, stellen wir sehr vieles auch in Frage und kommen dann so auch zu dem Punkt, dass es vielleicht doch noch mehr gibt und beschäftigen uns natürlich auch mit dem Tod. Und ja, es gibt viele Themen, die einen dazu bringen, auf den Prozess oder sich auf den Weg in die Wirklichkeit vorzubereiten. Wir transformieren uns in einen weniger dichten Zustand der Materie. Wenn wir das nicht in einem langsamen Prozess tun würden, würden unsere physischen Körper verbrennen. Wir würden unser zentrales Nervensystem ausbrennen lassen. Denkt daran, dass der Aufstieg noch nie einem Wesen in einem solch physischen dichten Zustand passiert ist. Unser Ziel als menschliches Wesen ist der biologische Aufstieg. Deshalb sind wir die größte Show auf der Erde oder im Universum, was das betrifft. Wir ziehen buchstäblich die höhere Intelligenz an. Ihr müsst euch diesen Prozess hingeben. Es ist wie das Öffnen der Schleusen, um Zugang zu dieser höheren Intelligenz zu bekommen. Das ist es, was mit vielen von euch geschieht. Wie ich schon gesagt habe, die Leute, die sich dagegen wehren, die Widerständler, machen es sich nur schwerer. Denn letztlich wird es jeden treffen. Daran besteht kein Zweifel. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir sind alle galaktisch basiert. Und wir haben alle unterschiedliche Rollen auf diesem Planeten innerhalb dieses Aufstiegsprozesses. Aber im Allgemeinen werden diejenigen, die derzeit an diesen speziellen Informationen interessiert sind, für die Führung rekrutiert. Wir sind Teil des planetarischen Gitternetzes, was bedeutet, dass bestimmte Menschen an verschiedene Orte auf der Erde geschickt werden, um ihre Codes zu übermitteln. Ich bin ein Beispiel dafür, dass ich an einem anderen Ort versetzt wurde. Ich wuchs die meiste Zeit meines Lebens in Minnesota auf, ging nie zur Kirche und glaubte auch nicht an das, was die Kirche lehrte. Als ich vor zehn Jahren nach North Carolina zog, erlebte ich zufällig ein unglaubliches spontanes Erwachen. Das heißt, es gibt keinen Zufall. Ja, und Zufälle gibt es natürlich nicht. Das ist so. Jeder hier hat seine Rolle. Und ich habe auch mitbekommen, dass es innerhalb der spirituellen Gemeinschaften auch immer wieder so einen Fingerzeig in die Richtung derer gibt, die sich eben mit ähnlichen Themen beschäftigen und hier nicht für ausreichend Information sorgen. Und da bitte ich euch, das auch zu lassen. Also jeder hat seine Rolle. Und es wird am Ende ja sowieso immer abgerechnet, übergeordnet, ja. Wir alle haben unsere Päckchen und wir alle tun das, was wir tun sollen. Und aus diesem Grund ist es ja auch geschehen, dass sehr viele, die ausgewandert sind, wieder zurückkamen. Die, die sich hier unwohl gefühlt haben, sind an einen anderen Ort gewandert. Und genau jetzt ist so dieser Punkt, an dem es wichtig ist, genau dort zu sein, wo wir sind. Denn genau da sind wir richtig. Und genau da können wir auch unser höchstes Potenzial entwickeln. Wir müssen verstehen, dass der physische Körper der heilige Gral ist. Viele im spirituellen Bereich konzentrieren sich auf die Spiritualität des Geistes und der höheren Reiche. Aber wir müssen verstehen, dass unsere biologische Struktur durchmacht. Und das ist extrem monumental und tiefgründig. Der biologische Aufstieg ist sozusagen die Auferstehung, das Auflösen der Antilebenskraft dieser 3D-Struktur. Unsere Körper sind in eine Antilebenskraft hineingezogen worden, die die drittdimensionale Struktur ist, die leider unsere physische Form genetisch verändert hat. Also das ist absolut richtig. Innerhalb dieser dritten Dichte, in der wir uns jetzt finden, sind uns sehr, sehr viele Talente abhandengekommen. Also wir sind sozusagen verkümmert. In einem Video von Alexander Wagand, den ich übrigens sehr schätze, hat er das ganz schön gesagt. Er hat gesagt, wir sind gebückte Riesen, die von Zwergen erzogen wurden. Also um sich das bildhaft vorzustellen, hat man uns unsere Kraft, unsere Macht genommen. Und wir sind uns oder viele von uns sind uns derer gar nicht gewahr. Das heißt, viele wissen gar nicht, was wir für eine Schöpferkraft und für eine Schöpfermacht haben. Und deswegen ist es so wundervoll, diese sich wieder ins Feld zu holen, in sein eigenes und sie auch zu leben. Denn nicht umsonst, und hier gebe ich einfach nochmal den Wink auf das Weltgeschehen, wer hätte gedacht, dass die ganze Welt einmal im Stillstand ist, dass es Begrenzungen gibt, dass es Ausgangssperren gibt. Das hätten wir noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten, dass wir alle schon um 9 Uhr zu Hause sitzen müssen, müssen, in Anführungsstrichen. Und das ist genau das. Wenn wir in unsere eigene Macht gehen und wenn das jeder von uns machen würde, geschlossen, dann hätte einfach dieses übergeordnete System, was vorherrscht, überhaupt keine Möglichkeit, da jeden Einzelnen von uns einzufangen. Doch das ist das, was ja gerade geschieht, dieses innere Aufstehen, das innere Aufrichten. Und so werden wir ja wieder zu diesen Riesen, die wir einst waren. Ja. Wir werden in ein unbekanntes Territorium geführt, physisch, spirituell und geistig. Es ist absolut erstaunlich, was mit uns Menschen geschieht. Wir werden überwacht, es wird mit uns kommuniziert und wir werden kontaktiert. Das ist der Grund, warum wir eine unglaubliche Menge an galaktischer Aktivität über unseren Köpfen sehen und wahrnehmen. Die Erde geht durch eine monumentale Transformation und wir alle haben das Gefühl, blind durch das All zu reisen und zu versuchen, alles zu verstehen. Aber denkt daran, dass jeder von uns genau dort ist, wo er sein soll. Also seid nachsichtig mit euch selbst. Terry Waite Ja, ein wunderschöner Text, wie ich finde, der hier auch noch mal vieles zusammenfasst und erklärt. Und ich möchte mich noch anschließen, indem ich ja hinzufüge, dass es im Leben um die Liebe geht und dass es im Leben um diese göttliche Kraft und die ist halt einfach nun mal verbunden mit der Liebesschwingung und genau um die geht es. Und diese dürfen wir uns zurückholen. Mit Liebe unsere Zellen füllen. Mit Liebe unsere Familie anschauen. Und mit Liebe auch das tun, was wir einfach ja liebend gern machen. Und das ist ja dann auch die Passion, die wir auch leben dürfen. Und das geht ja genau in diese Richtung. Ja, wir sind einst hierher gekommen in dieses Zerrissene, in dieses Dichte Geschehen, wo es die Dualität nun mal gibt, wo es das Gut und das Böse gibt, wo wir diese Abgrenzungserfahrung machen dürfen, das Getrenntsein von Liebe, das Getrenntsein von dem Großen Ganzen. Und ja, jetzt nervt es uns allmählich und die Zeit wird auch reif, sich da wieder auf andere Wege bereit zu machen. Und wir sind mittendrin und unser Weg geht jetzt in die Wirklichkeit. Und wenn ich Wirklichkeit sage, dann möchte ich euch dazu inspirieren, auch mal wieder Worthygiene zu betreiben, zu schauen, was für Worte verwende ich denn in meinem Alltag und sie vielleicht durch positivere, schönere und höher schwingende Worte auszutauschen. Genauso Gedankenhygiene. Du kannst deine Gedanken beobachten, das können wir alle. Wir sind Beobachter unserer Gedanken, unserer Taten. Und wenn wir diese Impulse leben, dann füttern wir damit auch wieder das morphogenetische Feld und ziehen somit in der Resonanz wiederum Spielgefährten, andere Menschen an, die ähnlich denken wie wir und die uns bestärken, diesen Weg zu gehen und die mit uns diesen Weg gehen. Und wenn euch im Außen ja diese Widerstände begegnen, wenn ihr im Außen diese schrecklichen, furchtbaren Nachrichten seht, dann seid in der Annahme, denn es ordnet sich alles im Hintergrund. Es ist gerade dabei. Und natürlich sehen wir die Ausläufer und natürlich machen die auch was mit uns und ärgern uns, aber lasst euch eure Energie nicht nehmen und versucht euch zu zentrieren und bei euch zu bleiben. Sorgt gut für euch, ja denn nur so sind wir gestärkt und können hier weiter voranschreiten und können das einfach als wundervolle Gemeinschaft machen. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe, Namaste, seid gesegnet, bis ganz, ganz bald. saubern, 0 0 0 0 0 Vielen Dank.